So, und die nächsten Folgen werden aber jetzt wieder wie gewohnt 15 Minuten oder sowas sein, mehr nicht. Turm 2. Turm 2. Da mischen wir mal ein Kristall. Und ein paar Gegner. Eine Seele. Betrachte die Statuen und die Juwelen in ihrer Stühle. Die Statue... Gucken wir gleich nochmal. Komm. Grey erhält 30 Tater. So, diese Statuen haben so einen grünen Juwel. Und hier, die hat einen roten. Schiebung. Ah, eine Tür. Das können wir auch machen. Wir können hier Gegenstände nehmen und können es auf die Gegner feuern. Zieht auch immer ganz gut ab. Goldene Schalter, was werden sie auslösen? Goldene Schalter... Auf jeden Fall haben wir ein Kristall erstmal erhalten. Hm. Jetzt hat jetzt noch nichts passiert. Gehen wir mal runter. Wird ja auf der zweiten Seite im Zild auch noch was sein. Also in der Richtung. Aber erstmal wieder ein 2-3 Gegner mitnehmen. So, die Seele kennen wir ja schon. Komm. Komm. Oh, Geld. Mit der Zeit umso bessere Gegner wir kriegen, umso mehr Geld geben, die auch wenn die Geld geben. Ah, der hat auch wieder eine rote Juwel in der Stirn. Und Geld. Bam. Oh, wieder Geld. Der gibt schon 6. Die kleinen lilan Kügelchen geben nur 3. Ray erhält ein Kristall. Ach. So. Schiebung. Und jetzt gehen wir hier an die Seite hoch. Ah. So. Wow. Was bist du denn, Kollege? Der Magier stört dich böse an. Ray ist gelähmt. Wenn das kommt, müssen wir ganz schnell A drücken. Oder ich muss ganz schnell A drücken, damit... Naja. Sonst werden wir gestunnt, also gelähmt halt. Und der kann im Prinzip uns mal kurz ankraften. Wenn wir schnell genug A drücken, also häufig A drücken, dann entweder er ist ein Unentschieden oder er wird gelähmt. So. Und hier rechts hat sich was geöffnet. Wir haben noch keine einzige Level erreicht. Komm her, du Sack. Ja, der ist schon stärker. Ja, zumindest hat er mehr Energie. Aber stärker ist das, beurteile ich jetzt einfach mal so nicht. Weil das eigentlich alles ziemliche Flaschen hier sind. So. Ach. Naja. Okay, wieder so einer. Na komm. Okay, hier haben wir schon mal einen Schalter betätigt. Oh, da war was. Okay, haben wir auch einen betätigt. Und hier, der hat auch einen roten Juwelen. Da stehen hier die Statue. Aber der Typ nervt. So. Okay. Hier haben wir auch noch einen Schalter. Noch keine Level erreicht, Mensch. Das gibt es noch gar nicht. So. Und hier den Schalter auch noch. Und damit haben wir alles. So. Jetzt können wir hier reingehen. Okay. Ganz viele Statuen. Da wird wohl irgendeine. Eine roten Juwel in der Stirn. Hier die. Und erstmal hier. Kristall. So. Okay. Ist hier noch einer? Ich weiß es nicht. Ja. Gut. So, haben wir irgendwas ausgelöst. Ich nehme an hier oben. Das war vorher geschlossen. Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie nachgeschaut. Aber ja. Hier ist der Wächter schon. Okay. Wenn hier schon der Wächter ist, dann müssen wir nochmal runter gehen. Ein bisschen trainieren. Ja. Geht der relativ schnell bei diesen Hexern. Oder was das sein soll. Ich glaube, die gehen ganz gut. XP. Wow. Krittet der Treffer auf 24. Nicht schlecht. Aber immer noch kein Level. Ich will jetzt auch nicht nachschauen. Man. Gibt es doch gar nicht. Raya wieder den Blick. Ha. Zack. Machst du wohl nicht stark genug. Machst du wohl nicht stark genug. Oh, der konnte den Schlag parieren. Ja. Es geht wieder ein bisschen langsamer zu. Jetzt reicht es mir aber. Oh. 4 EXP. Natürlich. 426 haben wir. Können wir gleich mal gucken, was so ein Magician bringt. Ach ne. Die sind ja hier oben. Oh, wer ist denn hier? Ach ne. Hier ist einer. Gut. So. Erstmal eine Stufe. Level 5 erreicht. KP steigt um 5. Stärke steigt um 1. Glück steigt um 1. So. Start. Hup. Ähm. Der hat 6 Erfahrungen gebraucht. Das war relativ wenig. Muss ich mal kurz gestehen. Aber deswegen, habe ich gesagt, im ersten Dungeon 3 Level gemacht. Hier haben wir 1 gemacht. Kommen wir also wieder auf durchschnittlich 2. Und das will ich ja wenigstens Stufe 9 haben. Dann können wir zum Bächter gehen. Gehen wir zum Bächter. Es kommen ja noch ein paar Türmchen. Da können wir dann auch gut trainieren. Besser als hier. Selbst im ersten Dungeon hätten wir besser trainieren können. Weil da wenigstens diese Ritter, Soldaten, was auch immer, 10 XP pro Typ gegeben haben. Pro Nase. Und hier diese Hexe halten mehr aus. Gut. Haben auch niedrigere Abwehr. Oder sowas. Und ähm. Geben trotzdem eine 6 XP. Sau. Okay. Schalter betätigt. Mauer weg. Auf zum Lächtern. Herzlichen Glückwunsch. Haha. So soll es sein. Tritt ein. Okay. Diesmal gibt es keinen Entgegner. Wir treten in die Tür ein. Wir treten in die Tür ein. So. Wunderschöne Musik. Und 5 Türen seht ihr für wahrscheinlich 5 Türme. Jetzt. Komm. Komm. Mach hinne. Sonst verliebe ich mich gleich noch in die Musik. Wuuu. Was haben wir denn da? Neue Kontinente. Das sieht sehr nach Afrika aus. Wie ich finde. Oder? Könnte Afrika sein. Also. Meines Erachtens ist das. Ganz klar. Afrika. Aber. Wir müssen abwarten. Oha. Donner. Noch ein. Oha. Blitze. Wahnsinn. Und Regen. Eben hat es geschneit. Jetzt hat es gewittert. Und regnet ein wenig. Und ich nehme. Es könnte der Nil sein. Wenn das Afrika ist. Dann könnte das der Nil sein. So friedlich. So schön friedlich. Schön. So. Was haben wir denn? Sag uns wer du bist. Das war eine interessante Welt gerade. Aber. Sprich mit uns. Was ist jetzt hier los? Ähm. Irgendwie war die Aufnahme gerade unterbrochen. Müssen wir. Muss ich. Muss ich. Beim nächsten Mal gucken. Was da los war. Aber ist ja nicht schlimm. Wir sind wieder da. So. Du. 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 Du.